Herr Fockenhuber fragt JustMKK, wie stehen Sie zum Einsatz von Glyphosat in der Landwirtschaft, im Privatbereich und im Einflussbereich der öffentlichen Hand? Also ich bin für ein allgemeines Verbot von Glyphosat, dafür habe ich mich immer auch ausgesprochen. Ich halte auch wenig davon, ich weiß schon, ich kenne die Diskussion aus der Landwirtschafts-Agrar-Industrie, die Großen könnten damit verantwortungsvoll umgehen, die Kleinen nicht, dazu bräuchte man sozusagen ein großes Wissen und entsprechende Fazilitäten, aber das würde ja wiederum bedeuten, die große Landwirtschafts-Agrar-Industrie enorm zu bevorzugen. Das ist ein Gift, dessen Gefährlichkeit, glaube ich, doch wirklich erwiesen ist und das vom Menschen bis zu den Bienen katastrophale Folgen hat. Ich glaube, wir sollten auf dieses Glyphosat schlicht und einfach allgemein verzichten. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst ein Like oder abonniert unseren Kanal. Danke!